Herze und willkommen mal wieder zu EnderGames. Ja, es gibt leider ein kleines Problem. Ich kann einfach heute nicht sprechen, auf in der Schule nicht. Wir haben ein kleines Problem, denn ich habe nämlich gerade was zu essen im Ofen. Und ja, es ist schon ein Spurz-10 Minuten hier. Wenigstens habe ich ein Pausch, das stimmt. Und wir sind wieder mal wie immer ein Geheger, weil ich keine Kölz habe. Und im Hintergrund wischt gerade wieder. Okay, äh, will ich nicht. Ich glaube, ich werde mich. Jep, ich brauche zwei von denen nur. Das reicht mir nämlich schon. Jep, und da haben wir schon mal ab. Jep, und da haben wir schon mal ab. Jep, und warte, what the fuck. Ist der aber noch? Okay. Wo gehen wir mal hin? Ich habe keine Ahnung, ich kann auch etwas lecken. Und die brauchen bitte jetzt Sound an. Jep. Okay, Sound ist an. Ich checke gerade ein bisschen. Shit, hat schon jemand genommen. Äh... Dann durch. Für dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich hoffe, sie lässt mich in Ruhe. Okay. Das ist der Mist da. Ah, da wollte er mich wirklich schlagen. Du Arsch! Er ist ein Arsch! Ein richtiges kleines Arsch. Shit. Hat auch nicht wirklich ausgerüstet. Ja, okay, das ist dann die nächste Runde. Äh, 54. Also muss ich fehlen. Das heißt, wir haben nur noch vier Minuten. Sonst mache ich einen kleinen Cut. Oh. Hier ist gar nichts los. Was ist los? Los, 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 los. Ich muss auch schnell mein Kit auswählen. Okay. Ich darf erst mal hier stehen. Jedes Mal, wenn ich in ein Lobby gehe, lecker. Ich darf das nicht. Oh, Mann. Hört auf, wenn man zum Team. Das mag ich nicht. Und ich muss kurz das Headset ein bisschen. Indie ja machen. Ich hab noch das Headset, ja. Äh... Ich guck mal das mir mal die Gegner an. Ach, der wird mich da verarschen. Simon, bist du jetzt reingekommen, oder was? Ja. Ich guck mal. 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 Du bist ja auch schon wieder da. Was geht? Bösser. So. So. Jipps. So. Haben wir schon etwas? Oh. Wasser. Ich möchte high sein. Alter. Ich bin einfach zu mir runter gesprungen. Du kannst doch nicht kämpfen. Und mal gucken. So nett. So nett. So nett. Ich bin mal gern. Ich kann auch keiner an Skype anschreiben, weil ich gerade oft bin. Und wir haben jetzt nur noch 4 Minuten. Wenn ich das schaffe, dann soll ich ein Weltrekord sein. Also Weltrekorden sterben. Für jedenfalls. 51 Blöcke. Was ist der andere hier? tot, tot, tot stoppt doch endlich ich beobachte ihn einfach mal Leute, ich glaube, ich weiß sogar warum ich nicht mehr so richtig sprechen kann das ist, weil ich oh, da kämpfen ja schon welche das ist, weil ich gerade zu viel Anime-Schaube weil mich interessiert echt, was alles für Anime es gibt auch die ganz neuen, gerade, die es gibt habe ich mir angeschaut Alter, jetzt kommt ein Dreierteam zu mir willst du mich verarschen? ein Dreierteam na, das habe ich vergessen Tinten okay ich habe vergessen, dass mein Handy mal ausmachen soll naja, da kann ich nicht so für meine Freunde schreien mich eben an Mann, ist ja viel Drenner nein, mein Butter ja, wo ist denn der? ich habe keine Chance gegen ihn keine Chance ich habe auch keine Verzeihung das ist auch mit der Schwert oh, meine Augen brennen ja Leute, das war eben ein kurzes Video ich werde mal versuchen, dass ich heute noch ein Video für euch hochladen kann und ja als Entschädigung, dass ich jetzt nur zum Kost habe aber ja ich habe zwei Runden gemacht beide Runden sehr schnell gestorben und meine Pizza jetzt muss ich gleich einmal abbrennen ich wollte kurz mal gucken, was das ist, was da fehlt da hat ein Geld ihr könnt aber mal sagen, welchen von denen ein YouTuber ist da wisst ich doch was hier na okay okay, Leute hier, Dena, ich habe was für dich gefunden ein Pferd Max so Pferd, oder? Pferd oh, ich habe runtergestoßen ein Pferd Dena, für dich, tönig, ein Pferd oh für den Dena habe ich leider keinen Pferd vielleicht finde ich auch noch Lava für ihn ne, der geht okay also Leute, bevor meine Pizza abbrennt äh, werde ich hier jetzt Schluss machen und ja sehen wir uns dann später in einem nächsten Video ich weiß nicht, was ich nehmen werde aber egal es wird ganz bestimmt, dass ich ein Server sein weil er gerade so leer ist 4000 und es ist 13.14 und mein Name ist Pizza tschau tschau